Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabello. So, ja, steigen wir einfach mal ein. Gucken wir mal, was der neue Patch alles angestellt hat. Schon ein paar Sachen gesehen. Helmut Kohl war am Spielen, okay. Da schauen wir mal. Ich habe heute ein Spiel gegen einen Low-MMR-Spieler verloren. Der hatte Würmer gehabt. Und ich habe die versucht mit Scorpions zu kontern. Ich habe nicht gewusst, dass wenn die Scorpions nebeneinander stehen, dass ein Wurm die One-Shotted, beide, dann ist das Spiel natürlich sofort vorbei in so einer Stelle, ja. Ich dachte, er will den Lander stehen und er kommt und haut auf ihn ein, kann der andere den Tod schießen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Eine Erfahrung fürs Leben. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich wieder 50-MMR aufholen. Was mich zurückbringt zu dem üblichen Spiel. Low-MMR-Spieler canceln, Turnierspieler canceln und nur gegen hohe MMR-Spieler ohne Turnier irgendwas spielen. Das System bietet das ja leider an. Naja. Wenn man lang genug spielt, dann kommt man auch auf sein MMR irgendwie. Aber ist natürlich viel holpriger, wenn man eben nicht die Exploits benutzt. So. Haben wir das Kleinvieh dazu. Nisibor stellen wir uns so auf. Die kommt von hinten dazu gerannt. Und dann versucht man, das Kleinvieh alles zu töten, was da ist. Kommen in Satellitreichweite, glaube ich, wenn wir die sich hinstellen. Also das sieht nach einem epischen Satellit hier aus. Der 600 Punkte vernichter, wenn ich ihn hier hinstelle. Ja, guck mal, wo die gleich stehen, die Jungs. Also. Ja. Vielleicht kriege ich noch 400 oder 500 Punkte vom Satellit. Ich setze gleich mal ein. Ich habe ihn leider nicht ganz genau hingeguckt. Ich glaube hier. Es geht darum, dass man damit ihn zwingt, darauf zu reagieren, auch wenn es nicht davor hat, den zweiten zu setzen. Weil ich immer mal ausprobieren wollte. Aber ich habe heute, glaube ich, schon genug vergeigt. Durch ausprobieren. Das dagegen ist die Balls. Ja. Also ich glaube, dass der Mustang gut ist, um zu helfen, das da wegzuräumen. Und der ist ja auch R. Und ich brauche die Anti-R. Und da würde man dann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wahrscheinlich. Da war man direkt ganz dicke, oder? Du von da. Du von hier. Ach, hierzu gehen wir den Satellit setzen, ehrlich gesagt. Da sind die Vögel. Ich bin überrascht. Das hätte ich nie erwartet. Wenn nur einer bleibt. Okay, Crawler. Ich wundere, dass es so weit hinten steht, der Vogel. Also der Satellit müsste hierhin. Das ist die Frage, wie ich mir das jetzt merke, diesen Punkt. Vielleicht sogar hierhin. Das wäre halt nicht unwichtig, ne? Einfach mal 500 Punkte zu vernichten in einer Runde. Damit der halt unter Paranoia das irgendwie deffen muss in der Zukunft. Kein Teleport. Oder ein Jump-Drive, wie das ihm auch heißt. Okay, jetzt machen wir das direkt von Anfang an. Also, was habe ich gesagt? Hier so ungefähr vielleicht? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig habe. Gleichweite kostet, glaube ich, noch zu viel. Links gibt es ja gleich sehr viel Kleinvieh, ne? Ja, ein bisschen mehr Schaden wäre schön. In dieser Runde wird es ja hoffentlich ausgesiebt. Ich kann mich nicht entscheiden. Wollte feiern, Deployment. Ich will den Keyboards halt mal aushelfen. Die zweite Satellit war, I thought it would have, weil Zeit. Genau, das hat schön geknallt. Panzerplatte hat er auch nicht drin. Ich glaube, man kann nicht normale Reichweite nehmen statt Anti-Air, oder? Die mag man, die leveln ja jetzt auch regelmäßig auf. Die können ja dann Resten machen an den Schaden. Hat sogar ein Steeball mehr, ne? Must-produced. Da können wir das Kleinvieh töten, was da kommt. Aber so viel ist das nicht. Aber die kommen ja trotzdem alle gemeinsam dahin, ne? Nochmal in Deployment wäre, glaube ich, übertrieben. Degeneration Beam überlege ich halt, ne? Was das ein Nutzen da hätte. Ähm, genau. Level. So, ein Stück schneller geht. Wir können das Headquarter vorne ein bisschen beschützen. Na, der eine Satellit hat mich halt da ein bisschen reingeritten. Okay. Ja, der eine Satellit war halt ein bisschen fies, den ich da gesetzt habe. Von der rechten Seite war fast zu erwarten. Das ist mit Absicht aufgelassen. Aber um den Satellit hat sich immer noch nicht gekümmert, oder? Ah, der war nicht so sauber gesetzt diesmal. Schade, Mann. Ja, ich habe zu viele Einheiten im Moment, Kategorien, ne? Ich müsste mal irgendeine jetzt upgraden, glaube ich. Die Satellit lief mal ein bisschen weiter nach rechts setzen. Wichtig ist, dass die da unten ihr Level gleich haben. Und dann gebe ich den, glaube ich, Anti-Air, damit die nicht nur die Steamwalls gehen, sondern fokussiert auf die Ufos. Je schneller die weg sind, desto besser. Genau. Und dann kann man den sogar nochmal dicker machen. Ein Assault-Drop. Ich hätte auch gerne das mit dem Marksman, aber ich glaube, das ist auch schön. Genau. Level, Level. Und die Air. Ich komme auch nicht zu den Upgrades, ne? Das sind zu viele Aufgaben, kleine Dinger, alles gleichzeitig. Zu viele Dinger. Crawler wäre keine gute Idee, da reinzupacken. Dann haben wir mal noch einen. Luft-Abwehr-Wespen. Gegen meine Budget-nicht-geabgeordnete-gar nichts-Reth. Okay. Dann stelle ich diese Produktionslinie gleich halt ein, ne? Der wird jetzt geslowt durch den Satellit und dann kriegt der Dakar. Erste Salbe irgendwie über 12.000 Schaden. Ach, der geht da vorne rein, okay. Gehen nicht leider alle hin. Meine hat leider eine Wespe am Hals. Ja, Ufo ist aber schon eingeloggt, jeden Moment tot. Links ist das gleiche Spiel. Ja, das nächste Ding, Mustang. Ich kann ihn die ganze Zeit ignorieren. Oder? Weiß es nicht. Feuerkontroll. Genau, das wäre einfach mal ganz, ganz flink diese Sachen da mal abknallen. Panzerplatte, keine Ahnung, wer die Panzerplatte hat. Ich gebe es, glaube ich, dem jetzt. Dann soll er gegen alles schießen, was sich bewegt. Das ist in aller Regel ein schönes Item. Solche Geschichten. Den leicht Tank hier machen. Radlicher hat der Gegner schon verkauft. Genau, die machen ja schon ihren Job hier vorne. Könnten ihn noch ein bisschen beschleunigen vielleicht sogar. Aber ich habe, wie gesagt, so viele Sachen, die ich jetzt machen will. Ich will nochmal rechts ein, falls eine Wespe dazukommt. Ich glaube, wenn ich hier gehe, geht der nach rechts. Ach, das ist auch sicher genug, oder? Der schießt ja automatisch da hoch. Der oben, das gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Dann tanken wir das mit dem extra Panzer. Und dann nochmal ein Satellit hier vorne. Ihr soll halt hier vorne einfach alles tanken. Da kommt so ein Läufer. Ich habe jetzt nicht so viel Single Target Schaden. Das wäre natürlich schon entscheidend gewesen, den zu slowen und die alle zu vernichten dahinter. Also das Lid war ja mal super schlampig gesetzt von mir. Ja, ja. Ärgerlich. Jetzt das Headquarter halt da rechts auch noch weg. Dann ist natürlich der Rest ein Richter zusammen. Jetzt das nächste Headquarter weg. Also ich brauche halt eine Frontlinie, die funktioniert. Ich habe jetzt nur Backline. Und der schlechte Satellit hat das Problem halt verschlimmert. Ja, was für ein Drama. Wie machen wir das jetzt? Sabertooth Feuer Support? Ich riskiere das jetzt einfach mal. Weil da oben halt nichts steht. Also ich kann nur hoffen, dass die nicht nach oben gehen. Die Anzeige ist halt immer noch broken leider. Weil wenn ich hochgehe, bin ich tot. Also ich kann da wahrscheinlich nur einen rein quetschen. Der andere sonst der Feuer Support hier in der Front. Dass es mal ganz schnell geht. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Also eigentlich sind das ja die schnellen Läuferchen. Ich glaube, wir machen dann einfach all-in die Teile hier. Mit Adlerikanone. Damit die Läufer halt direkt sterben an der Front. Deswegen der Wespe halt ein bisschen unangenehm. Diese Generation-Beam kann ich mir nicht schleifen. Dreck. Alles, was sich schnell bewegt, sollte auf jeden Fall gewone-shottet werden. Ja, der müsste eigentlich da drauf gehen. Die Generation-Beam, die ist bei einer Punkt, der hätte ich halt noch gebraucht. Mein Oberlord, der macht da leider ein Picknick und ist das Headquarter wieder weg. Und damit die Flanke oben und ich. Das würde auch nicht funktionieren. Ja, ich habe zu viele Baustellen gleichzeitig aufgemacht. Also entweder die Mustang oder die Marksman oder was auch immer. Also da war eine Kategorie zu viel in meinem Aufbau. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, gewonnen, wenn ich die Westen da jetzt abknalle, weil er keine Luftabwehr mehr hat. Keine richtige, ne? Also ist dann trotzdem ein entschiedener Spiel. Da oben liegt noch einer. Aber das ändert nichts daran, dass man das Problem mal suchen sollte, warum das so krampf warst, war die letzten beiden Runden. Und ich glaube halt, dass es einfach, ich brauchte halt Upgrades und wenn ihr so viele Kategorien habt, könnt ihr keine Upgrades mehr vergeben, ja? Und dann waren da eben Sachen wie den, der Level 3 hat, aber im Grunde genommen im Level 1, maximal Level 2 wegen Satellitenangriff zufrieden wären. Da kamen dann zu viele Probleme. Und die UFOs haben halt nur eine Bedeutung im Sinn gehabt, hätte ich den Degeneration-Beam gegeben, sonst war das einfach zu teuer. Also da waren, glaube ich, ein paar dicke Baustellen drauf. Der Einzige, warum ich das noch gewonnen habe, ist, weil der Gegner halt irgendwie komische Sachen da noch gebaut hat. Ja, das war ein bisschen unnötig, ne? Ein bisschen unnötig. Ja, der ist der Klassiker, ne? Da brauchen wir gar nicht weiter gucken, wahrscheinlich. Der ist doppelt gemoppelt. Das ist einfach ein Scheißstart per se. Das ginge theoretisch auch, aber da ist, glaube ich, alles drin, was wir wollen. Was das Herz begehrt. Giant. Der wird sich ganz hinten aufstellen. Mitte hinten. Es gibt auch keine fette Tank-Reihe. Von daher stelle ich mich auch irgendwie dahin. Die kommen ein bisschen mittiger, damit die halt nicht in der selben Höhe wie die links sind. Die Mustangs. Genau. Und als Modell-Tanks kommen nur die in Frage, so ein Setup. Genau. Ist nur noch die Frage, wo die hin sollen. Auf welche Höhe? Die Maxi müssen wir mal ein bisschen tanken, damit das funktioniert. Mal direkt so stellen. Ist natürlich eklig, wenn dann gleich dieser Luftschlag kommen würde, ne? Aber sonst würden die gut stehen, so. Ich mach's jetzt einfach so. Dann hoffe ich, dass da kein Luftschlag kommt. Die vorne hingestellt. Wer hätte es gedacht? Nicht so viel Platz, um dann die Giants halt auszustellen, finde ich persönlich. Aber die Arclight-Reichweite wäre super gut. Die Phönix machen nicht besonders viel, muss man leider sagen. Aber wenn die langsam aufleveln, dann gehen die Giants nachher gut. Es sei denn, das spielt halt den Fortress. Und da würde ich bei den Phönix jetzt so wenig wie möglich investieren. Die werden, ist einfach, selbst wenn die funktionieren, langfristig zu gefährlich, dass die kaputt gehen. Also ich kann die dann wegporten nachher. Und dann will ich kein anderes abgreden, wenn das nicht so teuer wird. Oh ja, ich mach's produced. Ich kann ja die Giants-Preiswetter holen. Das wäre natürlich nicht schön, ne? Doppel-Giants-Bonus sozusagen. Ich locke das jetzt einfach ein, damit ich auch Giants hole nachher. Das ist mir das jetzt wert, das Risiko. Ansonsten... Mache ich nochmal Anti-Small hier. In der Mitte so ein. Nochmal so ein. Genau. Die bräuchten halt Reichweite, ne? Aber das ist immer dieser 50er dann. Da muss man überlegen, ob man dann investieren möchte. Der dritte Mustang, der überrascht mich massiv. Aber ich hab ja auch nicht vor, auf Luftwaffe zu gehen. Also von daher ist das für mich natürlich jetzt eine schöne Sache. Auch der Wechsel hier, mit denen das tanken, ist natürlich perfekt. Wie gesagt, die gleiche Reichweite wird, glaube ich, eine ganze Menge anrichten. Ja, der hat sich gelohnt. Scorping in die Giants, aber ich hab natürlich die Giant-Karte schon. Level 3 Wespe. Aber er hat so viel Flugabwehr, also lass mir die Finger von. Saber-Tooth. Die wären ja auch geworden, schottet nachher. Also wenn überhaupt, kommt nur das, glaube ich, in Frage. Wenn er jetzt selbst auch auf die Wespe geht, dann wird es ein bisschen eng. Aber ich meine, die schießen auch eine einzelne Wespe ab. Das wäre jetzt nicht das größte Drama. Gegen die Giants hilft das halt nochmal extra. Dann bräuchte ich keine Melting-Points da gleich holen. Genau, also die kriegen jetzt auf jeden Fall ihre Reichweite. Ja, wie gesagt, wenn ihr die Wespe kommt, kurz ein bisschen fies werden. Da muss man dann eben durch. Guck ich da eigentlich ein Satellit in die Kante. Tatsache, ne? Nur damit er halt Paranoia hat und dass er gegen sich aufstellt den Rest des Spiels. Ja, verarsch mich doch. Wäre es im Ernst, oder was? Das wäre es doch jetzt gewesen da, ne? Und da musste der Wurm stehen. Ich habe mal eine Lektion gelernt. Die Scorpions gegen die Würmer sind ein bisschen problematisch. Also ich habe halt Schüsse gesehen, die den Wurm treffen, aber keinen Schaden an dem machen. Weil die Animation halt, der zeigt den noch nicht eingetunnelt und trotzdem ist er schon getunnelt. Also ich glaube, die Scorpion sind die schlechteste Wahl inzwischen gegen die Würmer. Das habe ich den natürlich unglücklicherweise geholt, den Scorpion. Aber für die beiden da ist das okay. Die werden ja ein Gewurm-Shot-Tipp. Ja, Wurm jetzt töten. Wie gesagt, ich habe noch keine Tests durchgeführt und da kann ich es euch jetzt nicht sagen. Also, früher hat, glaube ich, der Fortschatz den Besieg vor dem Patch. Aber jetzt müsste ich genauso raten wie viele andere wahrscheinlich. Und dann machen wir die Hochlevel und dann machen wir die mit Schad-Shot. Schad-Shot wurde er genügt. Ich weiß nicht, was er verloren hat, der Schad-Shot. Der schießt jetzt langsam auf 35 Prozent. Und hätte ich gesagt, nochmal Schad-Shot damit. Können wir vielleicht trotzdem all-in gehen. I don't know. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie wir das am besten machen. Die auf jeden Fall leveln. Die kann man trotzdem leveln gegen die Dinger. Ich muss den Wurm jetzt irgendwie bekämpfen. Wollen wir das riskieren mit dem Phönix? Der kommt ja in den Nahkampf, der Wurm. Schad-Shot, Phönix. Ist wieder riskant, wenn er dann eben Dings ausgibt. Wenn er Dings ausgibt. Kommt jetzt rechts auch noch ein Wurm. Ich versuche es nochmal, dann ist das jetzt auch weg. Der Fortschatz noch dazu holt. Aber er kann ja nicht alles holen. Er hat sich einen Melting-Freund gegönnen. Ich wollte er, okay. Bam, bye-bye. So, jetzt hier, Würmchen. Zack. Da ist schon ein guter Chunk, der da weggeht, wenn wir die da reinschieben in den Schad-Shot. Drop. Hätt Kräuter getroffen. Wir kommen. Dicke Kanone. Und runter. Also er kann gerne auch einen dritten verschiedenen Giant holen, wenn er jetzt die A ausgeben will. Das wäre schon sehr teuer. Je mehr Kategorien er aufmacht, desto besser. Muss ich trotzdem bei mir mal gucken langsam. Redeployment. Könnte natürlich ein paar Leuten das Leben retten. Und ich kann die Vögel in eine bessere Position bringen. Smoke ist natürlich auch immer brutal gut. Gar keine Frage. Okay. 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 Ich glaube, ich mache den Smoke und dann verkaufe ich den Dings. Also ich weiß nicht, ob ich den noch anwende. Huchen wir lieber einfach nochmal einen Giant. Selbstgleich dazu. Ich muss dann leider jetzt Crawler reinpacken. Immer, ne? Also ein Crawler nämlich auf jeden Fall noch mit. Ja, welchen Giant will ich da reinpacken? Hier ist auch viel zu weit auf. Also wir brauchen nochmal einen gegen Small. Dann nehmen wir nochmal einen, der dazu läuft. Das einfach alles weg zu tanken. Aber ich brauche halt irgendwas Dicke. Scheiße, da machen wir auch ein Dings da. Dafür haben wir ihn ja geholt eben. Ich habe ein paar Zeit über, aber das ist halt scheiße, ne? Ich weiß, ich brauche jetzt irgendwas holen müsste. Ihr wisst aber nicht was. Ja, völliger Käse. Nicht mehr geschafft, den zu töten. Nice. Keine Zeit, wie immer. Okay, also das Client, die töten wir. Der wäre, wie gesagt, jetzt eigentlich schon tot, ne? Den Satellit, das wäre ärgerlich. Worm platzt auch sofort. Die Dinger schneiden wir langsam in Stücke. Ja, der hat halt für seine Melting Points keine Ziele bei mir, ne? Also keine guten. Entsprechend läuft das dann auch nicht. Und der Worm ist anscheinend doch, wie immer, sinnbefreit. Kleinvieh schneller töten. Kann ich damit die Flanke machen? Der steht da weiter rechts. Da oben ist also eine Öffnung. Ja, ansonsten mache ich auch mal eine Reichweite, ne? Weil da noch ein Wurm da auftaucht. Ansonsten schießt der in jede Himmelsrichtung. Kann ich die nicht geben, ne? Dann haben wir noch einen. So, jetzt aber nochmal. Muss doch gehen. Den hätte er, glaube ich, schon lange verkaufen müssen, oder? Der wird ja jede Runde nur gewohnschottet von dem hier. Die guten Ufos. Äh, Split. Also ich würde Ufos nicht gegen Melting Points empfehlen zu bauen. Der eine hat sich verirrt. Ja, also Melting Points sind echt die Hardcounter zu Ufos. Genau, wie Overlord die Hardcounter zu Ufos sind. Das Schild hat er nicht über das Ding gestellt. Na gut. Ja, ich bin ja nicht sicher, was sein Plan da war. Also er hat ja auch einen YouTube-Kanal. Könnte ja auch sein, hören, was er machen wollte. Aber da, glaube ich, gar nichts funktioniert. Also, wie gesagt, die Ufos. Ich hatte den Melting Point ja schon gehabt. Und da war die Ufos kaufen. Ich habe einen Melting Point, glaube ich, völlig übertrieben. Dann hier der Wurm. Der hat sich überhaupt nicht gelohnt. Der hat nur Kanonenfutter. Den hätte ich dann wahrscheinlich auch verkauft an seiner Stelle. Also verkaufen wäre, glaube ich, die Devise gewesen. Und die Flanke war auf. Was natürlich auch nicht ganz so optimal ist. Und als er den geholt hat, vielleicht gab es den Scorpion, könnte man sagen, als Ziel. Aber eigentlich, dafür lohnt es sich ja nicht. Und dann hat er die ganzen Kategorien gehabt. Also diese Dinger zu holen, die kosten dann 600. Und er hat noch ein Level. Aber wenn er keine Upgrades kriegen, weil die keine Bedeutung in diesem Setup haben, dann lohnen die sich eigentlich auch nicht. Weil die sind ja nichts anderes, als die Mustangs, die er schon hatte. Also da hat er, glaube ich, ein riesen Fehlinvestment in vielen Kategorien gehabt. Also der Verkaufsknopf hätte geholfen. Nicht nochmal kaufen hätte geholfen. Nicht spiegeln. Ist ja fast alles gespiegelt. Der Mustang, der dritte, hat sich, glaube ich, auch nicht gelohnt. Also gegen welchen Gegner da. Das war auch nicht so. Nur wegen den einen. Dafür lohnt es sich ja nicht. Also da waren, glaube ich, ein paar Baustellen auf jeden Fall noch auf. Entsprechend dann das Ergebnis. So, das war das. Ich bin das mal weg für heute. Ciao, ciao.